In diesem Video geht es um das Reh. Ich erkläre dir, wie Rehe leben, wie sie sich ernähren und wie sie sich fortpflanzen. Rehe sind schlanke Säugetiere und gehören zur Familie der Hirsche. Sie haben ein rotbraunes Fell mit einem weißen Bauch und einem weißen Fleck am Hinterteil, Spiegel genannt. Ihre Augen sind groß und dunkelbraun und ihre Ohren sind lang und spitz. Männliche Rehe, auch Böcke genannt, haben im Frühjahr ein Geweih auf ihrem Kopf, das jedes Jahr abgeworfen wird und im Herbst wieder nachwächst. Rehe sind Pflanzenfresser und fressen hauptsächlich Gräser, Blätter, Triebe und Knospen von Bäumen und Sträuchern. Im Winter ernähren sie sich von Rinde und Zweigen. Sie haben eine sehr empfindliche Verdauung und können sich nicht an eine plötzliche Ernährungsumstellung gewöhnen. Sie sind Wiederkäuer, das bedeutet, sie würgen das Futter noch einmal hoch und kauen es erneut. Rehe leben in Wäldern und auf Wiesen und bevorzugen Gebiete mit viel Grün. Sie sind sehr anpassungsfähig und können auch in städtischen Gebieten leben, wenn es genügend Rückzugsmöglichkeiten gibt. Sie sind tagaktiv und schlafen in der Nacht. Wenn sie gestört werden, fliehen sie oft schnell und sind sehr wendig. Rehe haben viele Feinde wie Wölfe, Füchse, Greifvögel und auch den Menschen. Die Fortpflanzungszeit der Rehe beginnt im Frühjahr. Die Weibchen, auch Geißen genannt, tragen ihre Jungen, Kitze genannt, etwa sieben Monate. Kitze haben bei der Geburt weiße Punkte am Fell. Nach der Geburt bleiben die Jungen in der Nähe der Mutter und saugen Muttermilch. Nach ein paar Wochen beginnen sie feste Nahrung zu sich zu nehmen und nach vier bis sechs Monaten sind sie selbstständig. Rehe sind anfällig für verschiedene Krankheiten und Parasiten. Sie können an Wurmbefall, Lungenentzündung und auch an chronischen Krankheiten wie Tuberkulose leiden. Es ist wichtig, dass sie in einer sauberen Umgebung leben. Das Reh ist eine geschützte Tierart und darf nicht ohne Genehmigung und nur in einem bestimmten Zeitraum gejagt werden. Es gibt auch Schutzgebiete, in denen Rehe ungestört leben können. Es ist wichtig, dass der Lebensraum der Rehe erhalten bleibt und nicht durch menschliche Eingriffe zerstört wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017